Trost-News. Trost-News. Jochen Trost. Am Morgen. 105.5 Sprayradio. Es ist 105.5 Sprayradio, es ist 8.24 Uhr und eine Playboy-Umfrage hat herausgefunden, dass Helene Fischer gleichzeitig die heißeste und auch die nervigste Sängerin Deutschlands ist. Hä? Ich hab darüber nachgedacht, vielleicht einfach mal beim nächsten Auftritt den Ton wegdrehen. Was uns Männer übrigens am meisten nervt an Helene Fischer, ist Florian Silbereisen. Ihr seid schlimm. Fui Teufel. Ja, natürlich. So, 8.25 Uhr, hier ist 105 im Sprayradio mit Falco und Vienna Calling.